Es ist wieder soweit. Die erste Kerze am Adventskranz brennt. Der Advent hat begonnen. Wir erwarten die Ankunft Jesu und sind eingeladen, uns auf diese Ankunft vorzubereiten. Dazu gehört auch, dass wir einmal unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen in den Blick nehmen. Mir, Nikolaus, liegen da besonders die Kinder am Herzen. Schließlich bin ich ihr Helfer und Schutzpatron. Ich lade Sie daher einmal ein, in der neuen Woche besonders Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Wo und wie können Sie ihnen helfen? Und wie können Sie sich für Kinder und ihre Rechte einsetzen? Ich wünsche Ihnen einen guten Einstieg in eine besinnliche Adventszeit und einen frohen Nikolaustag.